Da gibt es einen massiven Fehler, den fast alle Hobbygolfer beim Putten machen, ohne dass sie es überhaupt mitbekommen. Dieser Fehler führt zu vielen, vielen Dreipats, weil sie Probleme bekommen bei der Distanzkontrolle, aber auch mit dem Kontakt und die Richtung wird auch dadurch stark beeinflusst. Was dieser Fehler ist und wie du ihn wieder los wirst, das zeige ich dir in diesem Video. Und der Captur Puttting Sensor ist auch dabei. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass ich ab sofort Ambassador für die Firma Captur bin. Captur Golf erzeugt diesen Putt-Sensor hier, der am Schaft angebracht wird und sehr, sehr genaue Daten über das Verhalten des Schleerkopfes, über das Schwung es selber beim Putten gibt. Es ist perfekt geeignet für Coaches und für Golfer, die es etwas genauer wissen wollen und ein sehr, sehr gutes Feedback-Tool haben möchten. Unten in der Beschreibung habe ich mehr Informationen zu diesem tollen Gerät. Was ist nun der Hauptfehler, den wirklich ja fast alle Hobbygolfer beim Putten machen? Eigentlich ist es ja ein Spruch, ein Spruch wie, man soll durch den Ball durchgehen. Also man soll den Schläger nachführen. Das ist das, was die meisten Hobbygolfer versuchen zu machen und das ist es, was ihr Putten komplett zerstört. Die Bewegung schaut meistens so aus. Der Golfer nimmt sein Setup ein, holt kurz und flach aus und dann fährt er lange nach. Okay, so diese Idee von ein Drittel auf, zwei Drittel durch haben vielleicht schon viele Golfer gehört. Du kannst hier auf der Captur Software das noch einmal anschauen, wie das dann ausschaut im Detail. Und genau hier liegt das Problem, warum man Probleme mit Distanzkontrolle hat. Weil du nämlich einen viel zu kurzen Rücksprung hast und die Geschwindigkeit erst nach dem Treffmoment erzeugst. Und das macht kein einziger guter Gollspieler. Das heißt, wenn du die Idee hast, dass du hier immer kurz ausholen musst und lange durchgehen musst, dann wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass du sehr, sehr häufig Putts kurz lässt. Weil eben zu wenig Geschwindigkeit im Moment des Treffmoments vorherrscht. Das heißt, das allererste, was meiner Meinung nach Golfer arbeiten müssen an ihren Putten, ist es, die Rückschwunglänge etwas zu erhöhen. Das heißt, wenn du ein Typ bist, der kurz ausholt und lange durchgeht, du kannst dich ja mal auch filmen zum Beispiel mit deiner Kamera und anschauen, wie das Verhältnis ist. Wenn du einer bist, der kurz ausholen und lange durchgeht, dann möchtest du auf alle Fälle als allererstes einmal die Aushollänge erhöhen. Das heißt, du möchtest schauen, dass du deutlich mehr ausholst, als du es gewohnt bist. Ich habe hierzu ca. einen 6-Meter-Part. Ich hole ca. so weit aus dazu und nicht so weit. Also ruhig ein bisschen großzügiger ausholen bei der ganzen Sache. Das wäre der erste Schritt. Man kann sich ja die ganze Putt-Bewegung wie so einen kleinen Kreis vorstellen, in dem man sich befindet. Das heißt, hier durch den Sweetspot durchgeht so ein Kreis hier und auf den schwingt der Putter, das Sweetspot des Putters, auf und ab. Und da entsteht so ein kleiner Bogen. Und bei dem Bogen ist es so, dass du möchtest, dass der Ball in der exakten Mitte des Bogens getroffen wird. Das heißt, wenn du jetzt hier bist und ausholst und du hast jetzt hier diesen Bogen hier, möchtest du, dass der Ball genau in der Mitte getroffen wird, also nicht kurz und lang durch. Weil dann wird die Mitte des Bogens hier nach dem Ball. Die Mitte des Bogens ist auch sozusagen die höchste Geschwindigkeit des Schleerkopfes. Also es macht keinen Sinn, wenn der Schleerkopf hier schnell ist, wenn der Ball schon weg ist. Und du willst auch nicht zu weit ausholen und zu kurz durchschwingen, dass du die höchste Geschwindigkeit zu weit vor dem Ball hast. Also es ist schon sehr, sehr gut, wenn man das hat. Und ich habe jetzt hier meine Kapte am Boden hier. Ich mache mal so eine Bewegung hier, wo man dann das eben auch messen kann. Ja, und da sieht man jetzt sehr schön, dass ich die höchste Geschwindigkeit genau im Treffmoment gehabt habe. Und dann geht es runter mit der Geschwindigkeit und ich werde nicht noch einmal schneller. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt noch mal kurz vorzeige, was die meisten Hobbygolfer gerne machen. Ja, das schaut dann eben so aus. Ja, dann sieht man dann, nach dem Treffmoment geht der Graf noch einmal hinauf. Das heißt, die Geschwindigkeit wird schneller und das ist das, was die ganze Sache unkontrollierbar macht. Das heißt, man möchte unbedingt den Ball treffen und dann wird der Paterkopf langsam. Und in diesem Bogen, von dem ich gesprochen habe, ist eben die exakte Mitte meistens die höchste Geschwindigkeit auch. Und so kann man sich das auch dann gut vorstellen. Daher ist es jetzt wichtig, erstens mal mehr Aushol länger zu haben und auch, dass wir eine Symmetrie haben, sprich gleich weit ausholen wie durchgehen durch den Ball. Wichtig dabei ist es, dass die Geschwindigkeit des Schlegerkopfes nach dem Kontakt mit dem Ball nicht noch einmal höher wird. Übrigens möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen, was man sehr, sehr häufig bei Hobbygolfern sieht, bei den kurzen Parts. Und zwar ist es nämlich dort genau umgekehrt, dass die meisten Hobbygolfer holen bei kurzen Parts zu weit aus und bremsen dann zum Ball hinunter. Ich versuche das mal ganz kurz zum Demonstrieren hier. Ja, also da sieht man schon, dass quasi die höchste Geschwindigkeit deutlich vor dem Impact war und dann ging der Speed schon hinunter. Und das ist etwas, was du auch nicht willst. Und das ist eben das Lustige, das Paradoxon, was ich sehr häufig sehe bei Hobbygolfern, dass sie eben bei den längeren Parts zu kurz, zu flach ausholen und dann lange durchschieben. Und bei den kurzen Parts, die man ruhig ein bisschen knackiger spielen kann, da wird dann viel zu weit ausgeholt und abgebremst. Und es sollte ja quasi gefühlt genau umgekehrt sein. Und auch hier sollte es so sein, dass die Symmetrie vorhanden ist, dass die höchste Geschwindigkeit beim Treffmoment mit dem Ball passiert. Jetzt haben wir gesprochen über die Aushollänge am Anfang, dann über den Bogen, dass wir eine Symmetrie haben möchten, ähnlich auf wie durch. Und jetzt müssen wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen und zwar über die Beschleunigung. Nämlich durch die Beschleunigung entsteht ja die Geschwindigkeit. Und da möchte ich dir so ein Exempel geben, das du dir vielleicht gut vorstellen kannst. Und zwar, du stellst dir vor, du stehst mit dem Auto bei einer roten Ampel in der Stadt, es wird grün und du fährst los. Jetzt musst du eine gewisse Beschleunigung durchführen, das heißt, du drückst aufs Gas. Und du musst am Anfang vielleicht sogar ein bisschen heftiger draufdrücken, damit das Auto überhaupt in Fahrt kommt. Irgendwann kommst du dann einmal auf deine Wunschgeschwindigkeit und dann beginnst du schon langsam, schon vorher vom Gas etwas wegzugehen. Ja, und dann hast du deine Höchstgeschwindigkeit. So kann man sich das vorstellen, den Unterschied zwischen Beschleunigung und Geschwindigkeit. Ja, und beim Parten ist es sozusagen so, dass man sich das so vorstellen kann, dass ich eine Beschleunigung gerade hier unten brauche im ersten Moment, wenn man wegschwingt vom Ball, damit man überhaupt auf Geschwindigkeit kommt. Und dann braucht man noch einmal eine Beschleunigung, wenn man in die Gegenrichtung geht. Das Interessante dabei ist, dass die Beschleunigungsmenge beim Parten sehr, sehr ident ist beim Auf- und Abschwung. Man sieht bei den meisten guten Golfern, dass die Beschleunigung hier ähnlich ist wie diese hier. Oder wie mein, ja wahrscheinlich einem der absoluten Lieblingsputtingcoaches David Orr mal gesagt hat, und das hört den Satz zu, das ist ein ganz toller Satz, Das heißt, die Kraft, die du benötigst, um den Schlierkopf wegzubringen hier vom Ball, ist dieselbe Kraft, die du benötigst hier im Wechsel von Aufschwung und Abschwung. Noch einmal, die Kraft, die du brauchst, hier den Schlierkopf wegzunehmen, ist dieselbe, die du brauchst hier im Wechsel. Das heißt sozusagen, dass die Beschleunigungen am Anfang eher passieren, also eher im ersten Teil des Aufschwungs und dann wieder eher im ersten Teil des Abschwunges und nicht beim Ball oder durch den Ball, wie das die meisten tun oder glauben. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal kurz so eine Butt-Bewegung hier und versuche jetzt, das, was David Orr gesagt hat, eben, dass man die Force, die man hier braucht, die Kraft, die man hier braucht, auch hier noch einmal zu machen. Das heißt, das mache ich mal kurz so davor. Und das ist übrigens auch sehr, sehr gut hier, was ich mache, dieses Hin- und Her-Pendeln, da bekommt man genau dieses Gefühl dafür. So, und das schaut dann so aus. Ja, und da sieht man sehr schön hier, dass am Anfang habe ich eine Beschleunigung gehabt und auf der Gegenseite habe ich dann wieder eine Beschleunigung, also beim Abschwung. Ja, und es ist auffallend eben, dass die Beschleunigungsmenge beim Aufschwung sehr ähnlich ist, wie beim Abschwung bei mir. Das heißt, dieser Bauch, der entsteht da im Grafen, der ist hier sehr, sehr ident. Und das ist etwas, was man sehr, sehr gut sehen kann mit dem Captor-System, wenn man das hat, dass man eben schaut, aha, wie ist die Beschleunigungsrate hier. Und das mache ich jetzt mal kurz nochmal. Okay, wunderschön, wieder beschleunigt, rauch runter. Das heißt, es sind drei Sachen jetzt wichtig für dich. Erstens einmal, versuche deine Aushollänge zu erhöhen, wenn du jemand bist, der zu kurz ausholt. Als zweites, versuche Symmetrie zu bekommen, gleich weit auf wie durch, als Idealbild. Und dass die höchste Geschwindigkeit, Geschwindigkeit beim Ball ist und nicht danach. Und als drittes, achte bitte auf die Beschleunigung, dass du die Kraft, die du hier brauchst, um den Schläger über Kopf wegzunehmen. Dasselbe ist hier in Transition. Ganz eine tolle Sache, trainiert das mal im Winter. Ich bin überzeugt, dass dein Partner dadurch massiv verbessert wird. Wie gesagt, wenn du dich für das Captor-System interessierst, dann findest du unten in der Beschreibung mehr Informationen dazu. Und jetzt bitte ich dich, dieses interessante Video als nächstes anzusehen. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite hoffentlich. Tschüss.